Wie King of the Hill, nur ohne Hügel. Drei, zwei, eins. Nimm die Eroberungszone ein. Außer deinen Leuten darf da niemand mehr rein. Ich verschwinde. Schmerz, Granate wird geworfen. Wir nehmen die Zone ein. Angreifer in der Zone. Ja! Erinnere dich in schwierigen Lagen an dein Training. Schieß auf die Gegner. Eroberungszone unkämpft. Angreifer in der Zone. Eroberungszone bewegt sich. Vielleicht den Neuigkeiten. Wir sind in der Zone. Gefährlich! Hilfe, ich! Werbe hier! Laden ab! Feinde werden aufgespürt. Tarnung aktiv. Waffe wird gestillt. Laden ab! Sie nehmen die Zone ein. Die Eroberungszone verlagert ihre Position. Haftgranate wird geworfen. Brenz für Neuigkeiten. Du brennst. Die Eroberungszone. Hey! Sie nehmen die Zone ein. Sie nimmt die Zone ein. Was ist das? Was soll man sagen? Erste Runde X-Defiant nach Monaten, aber ganz ehrlich, das Spiel macht keinen Spaß, weil die Bewegung ist so schlecht für das Spiel, Black Ops 6 ist viel besser, seien wir mal ehrlich. Aber, naja, ein bisschen X-Defiant zocken ist auch nicht schlecht. Wir dürfen uns zwischen trainieren. Oh. 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 Okay. Wir sind in der Tornach. Fass-Gonade wird gewonnen. Wir sind in der Tornach. Leidet nach! Wir sind in der Tornach. Wir sind in der Tornach. Wir sind in der Tornach. Hallo, ihr Xderfjant mögst. Ich hole mir bei Black Ops 6 in ein paar Monaten. Dann leide ich das auf meinen Kanal hoch. Die Leute, die jetzt Xderfjant mögen. In meinem Kanal mach ich halt Anime und Shooter und so. Und ich passt auch irgendwie. Ich meine, die meisten Anime-Spieler mag im Endeffekt auch Shooter. Das Problem sind die meisten Menschen mit dem Shooter. Es ist deshalb so ne Sache, die sehr viel Spaß macht. Ego-Shooter. So. 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 Ich fühl so viele Wippmarker. Man merkt das. Das Problem an dem Spiel sind die Waffen. Es gibt keine guten Waffen, obwohl Leute schon neue Waffen haben. Ich weiß, ob wir die Freischalte haben. Wenn ihr es wisst, könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben. Das ist seine Eroberungsturne. Eroberungsturne und kämpft. Wir erobern! Die Zone bewegt sich! Die Zone bewegt sich! Die Zone bewegt sich! Die Zone bewegt sich! Wir erobern! Überbrennt hier noch! Hilfe! Sterbe hier! Eroberungszone umkämpft! Ich hab for real viele Assists, obwohl ich schon viel mehr Assists hätte haben sollen, weil ich so viele Hitmarker mache. Da hab ich so hoch genommen, ey! Ich hatte jetzt for real, dass mit dem Reiniger die Gegner reinigen kann, ey! In der Basis. Das wird nochmal richtig spannend! Angreifer in der Zone! Eroberungszone umkämpft! Wir sind in der Zone! Zone! Bewegt dich! Dino und deine Crew! Ihr habt es geschafft! Ja, ja, knapper Sieg. War mal interessant, mal wieder X-Doplan zu zocken, ja.